Willkommen zurück zu Super Mario World. Beim letzten Mal haben wir wieder ordentlich verkackt. Ich habe jetzt hier ein bisschen Leben gefarmt und wir haben jetzt auch einen Umhang, wie wir oben sehen können. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das jetzt hier besser über die Bühne bringen können. Ich habe da irgendwie noch so meine kleinen Zweifel. Aber Versuch macht klug sozusagen. Und... Na, dann schauen wir mal. Vielleicht klappt das ja, vielleicht aber auch nicht. Zumindest sind wir jetzt hier schon mal einigermaßen draufgekommen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Müssen wir halt noch auf die Schokostange da warten, dass die mal hier rüberkommt, damit wir drauf springen können und 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 und. So, aber ich befürchte jetzt, dass wir halt hier jetzt einen Umhang haben und uns von irgendeinem Kackmist treffen lassen, was überhaupt nicht sein muss. Und ich dann wieder komplett ausraste, obwohl ich raste ja nicht komplett aus. Ne, da bin ich irgendwie noch weit von entfernt, dass ich komplett ausraste. Aber ich ärgere mich dann schon stark über mich selber. Ne, aber naja, so ist das halt mit mir. Und ich hoffe, dass wir dennoch irgendwann mal das Ende sehen können, sozusagen. Aber ich kann nichts versprechen. Wäre zwar schön, aber naja. Bis hierhin klappt ja schon mal alles. Das ist schon mal gut. Muss halt jetzt nur noch das Timing irgendwie stimmen hier. Von, von, von den Koilen hier. Von, von den Schwängeln. Und, äh, naja. Bist du Bescheid. So, jetzt kommt es zu dieser fiesen, blöden Stelle hier. Auf die ich gar keinen Bock habe. Mit dem ollen Zauberer hier. Der sich jetzt bestimmt wieder... Ja, natürlich. Spawnte hier mitten im Weg. Hinter mir ist okay. Ah, ja, 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 jetzt fängt es schon wieder gut an hier. Jetzt lasse ich mich schon wieder von dem Mistdingen hier treffen. Es ist nicht wahr. Ah, nein, ah, ist doch nicht wahr. So, okay. So, dann gucken wir, ob ich den Pilz kriege. Ja, den Pilz habe ich. Und bin nicht in die Lava geflogen. Das ist gut. Das freut mich. So, und jetzt hier rüber. So, einmal. Ja, jetzt konnte ich da theoretisch durchkommen. Aber halt nur theoretisch. Wenn ich jetzt hier nicht in irgendein Mist hier reinspringe. Die Zeit ist auch gleich wieder gegen mich. Ja, ich muss mich so ein bisschen beeilen. Nur so ein bisschen. Okay, da ist die Bostür. Wir nehmen die Feder und gehen jetzt da rein. So, und der Boss hier ist ja relativ simpel in der Theorie zumindest. Man muss den nur runterschmeißen. Wenn das Wörtchen nur nicht wäre. Ja, super. Ich springe hier auch noch in die Dinge rein, wo ich nicht reinspringen will. Ja, komm. Bleib einfach da auf der Ecke. Oder so. Ja. Nein. Ja. 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 Fucking ja. Boah. Ich glaubt nicht, wie sehr ich mich freue. Weil es gibt eigentlich jetzt eine Folge in den unendlichen Tiefen der Festplatte. Wo wir eine halbe Stunde lang in diesen scheiß Schlossi herumgeöpft sind. Diese Folge wird zum Glück niemals veröffentlicht. Weil, nee. Also das ist wirklich schon... Nee, und deswegen freue ich mich jetzt auch einfach so unglaublich. Und ja. Ich bin schon stark erleichtert. Mario has defeated Larry Cooper in Castle Nummer 7. All that is left is Bowser's Castle, where Princess Toadstool is being held. Can Mario rescue her and restore peace to Dinosaurland? I don't think so. But I do my best. So. Ich speiere ihn auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben wir alle Levels mehr oder weniger freigeschaltet jetzt. Wir haben vielleicht nicht überall alle extra Ausgänge benutzt. Aber wir haben alle Level einmal gesehen. Bis auf halt die Super Secret Level Special Grünstwelt da. Die aus der normalen Welt, sag ich mal, haben wir jetzt alle begutachtet. Und können dann jetzt hier das Spiel zum Ende bringen. Mit einem kleinen Mario. Und einem Yoshi, der vorher Tür warten muss. Weil Yoshi oder Mario hat gesehen, hey Mensch, irgendwo ist bestimmt so ein Schild. Yoshis dürfen hier nicht rein. Und... Ja, wie genau das jetzt hier war? Ich habe keine Ahnung. Okay. Sind hier nummerierte Türen. Wir gehen mal durch. Tür Nummer 3. Was mich hier erwartet? Ich habe keine Ahnung. Ah, da. Ja, ja, das ist auf jeden Fall super. Das freut mich jetzt schon. Äh... Muss ich gucken eher, wie das ist. Könnte man teilweise halt durchgehen, teilweise halt nicht. Oder halt auch einfach in den Tod laufen. Okay. Also Tür Nummer 3 ist für meinen Tod vorgesehen. Das ist... Das ist toll. Dann gehen wir halt durch eine andere Tür. Ich weiß gar nicht, muss man hier alle durchgehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, es waren nur zwei Türmen, die man halt durchgehen muss. Und dann kommen wir irgendwie schon in den letzten Bereichen. Das sieht doch schon akzeptabel aus hier. Einfach mal irgendwo herumklettern. Das kann ich. Ich glaube, es gibt kaum was einfacheres. Ja, siehst du da schon die Tür? Das war ja wow. Dann gehen wir durch die Tür von Nummer 5, weil das hier gerade mal so rumsteht. Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Ja, okay. Gut, ich dachte, die würden jetzt schon rauskommen, aber nein. Okay. Merke mir... Tür Nummer 5 ist auch böse. Böse! Sie ist böse! Okay. Habt durch Tür Nummer 2. Klettern wir nochmal so ein bisschen durch die Gegend. Und... Und in einem Mario-Spiel, ich weiß gar nicht mehr welches. Aber auch halt von den 2D-Dingern. Da ist Borisovskar einfach so ultraschwer. Und dieses hier habe ich so überhaupt nicht schwer in Erinnerung. Oh, nein. Unter Wasser. Oh, nein. Mit verschiebbaren Gedönsdingens. Ja, das ist ja toll. Ich habe voll die falsche Tür gewählt. Da... Ein Pils. Mein Name trägt. Oh, Gott. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Nee, 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 nee. Hoch hier, hoch hier, hoch hier. Ah! Jede Menge Schwenkel. Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Na, also halt so herumschwingende Dinger da. Denn ich jetzt schwenge. Seit kurzem. Nein, das muss nicht weiter kommentiert werden. Das ist halt einfach so. Och, ist das ein scheiß Timing. Wenn ich jetzt da bleibe, dann ist... Dann bin ich Ende Gelände. Und trifft mich entweder hier die Maulsteinkugel oder halt dann eine der beiden Spitzen hier. Deswegen, das ist schon... Nicht ohne. Ich meine, da oben ist zwar schon die Röhre. Zum Durchgehen. Muss ich, glaube ich, so machen, ne? Ja, gut. Hätte ich mich ducken müssen. Okay. Gut. Dann machen wir es halt so. Wird einmal treffen lassen. Ist zwar jetzt nicht die intelligente Art und Weise. Aber wir sind jetzt schon hier im letzten Bereich des Ganzen. Mit der ollen Disco-Kugel. Geh weg. Da kommt hier dieser Mecha-Cooper hier an. Diese komischen schwarzen, möchtigen Spring-Fledermäuse hier, die... Ich weiß auch nicht. Die können hier wahrscheinlich echt ätzend sein. Wenn man da möchte. Okay. Noch sieht es einigermaßen gut aus. Gut. Gehen wir durch. Laufen auf das Beste. Hey, Bowser! Altes Haus! Na, auch hier? In deiner fliegenden Untertasse? Guck mich an! Panik! Okay. Ja gut. Du kannst viel herumdüsen. Das ist toll. So, und dann schmeißt er die Dinge hier raus. Und mit den Dingern ist er... Freut er sich, dass er die Dinge hier hat. Und die schmeißen wir ihm einfach auf den Kopf. Das Ganze hier nochmal. Ähm, was sagt er nochmal? So, und dann findet er es überhaupt nicht nett. Und fliegt einfach weg. Yeah, und dann kommen diese tollen Flammen hier. Und das ist eigentlich auch relativ simpel. Wir müssen einfach nur an einer Stelle hier stehen bleiben, weil... Hier kommen einfach keine von den Dingern. Und der Pilz! Der kommt mir sehr gelegen. Ja, ja. So, was macht er jetzt? Jetzt hat er doch irgendwie eine andere Phase, ne? Ah, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich schmeiß dir eine Kugel raus, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, nochmal. Spaß, das ist ja toll. So, schmeiß mal lieber deine Mecha-Koopers raus. Damit ich dir die an den Kopf werfen kann. Ja, sieht doch schon gut aus. Einmal. Na gut, nicht getroffen. Dann müssen wir halt warten, bis er hier nochmal so eine Runde wirft. Und natürlich den Kanonenkugeln immer ausweichen. Na, es kommt schon. Jetzt sind deine, deine Freunde hier wieder dran. Doink. Warte, warte, warte. Nein, so. Nein, nein, nein. Ich wegschmeißen. Jetzt habe ich es weggeschmissen. Es ist nicht wahr. Mal wieder typisch ich. Zum Glück gibt es jetzt kein Zeitlimit mehr, sodass wir hier ganz in Ruhe alles machen können. Uns nicht stressen lassen müssen. Der größte Stressfaktor sind hier wir selber. So, jetzt haben wir ihn aber getroffen. Liegt er jetzt wieder weg? Er fliegt wieder weg. So, warte. Wir müssen irgendwo stehen bleiben. Am besten hier so. Sieht an sich nicht verkehrt aus. Hey. Prinzessin Todstuhl hier. Hier. Jetzt ist er aber ganz schön aggro hier. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht. Da, 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 da. Da, 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 da. Boing. Also, klar. Nein, nein, nein. Ah, da. Nicht getroffen. So knapp. Nein. Jetzt ist er nicht... Ah. Scheiße. Ah, das war der letzte Hit, den wir ihn geben mussten, glaube ich. Naja. So ist das, wenn man so scheiße ist wie ich. Da muss man halt alles nochmal machen. Beziehungsweise, wir könnten auch theoretisch... Jetzt haben wir ja den Weg hier gesehen. Jetzt habe ich euch ja noch nie die Hintertür gezeigt. Bei dieser Hintertür gibt es, glaube ich, meine ich, wenn ich mich nicht irre, auch einen kleinen großen Vorteil. So, warte, 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 Backdoor. So, wir starten nämlich gleich hier. Und hier ist dann so ein nicht vorhandener Checkpoint. Das musst du dir mal reinziehen. Wir sind direkt hinter der Boss-Tür. Das ist die Hintertür. Das ist nicht toll? Ich finde schon. So, das macht die ganze Sache natürlich eine ganze Ecke angenehmer. Müssen wir nicht nochmal durch das ganze Level hier durchdüsen. Ihr habt es ja gesehen, wie man das theoretisch machen könnte. Muss halt durch zwei Räume auf jeden Fall mal durch. Und dann ist man hier in den Vorraum mit der Disco-Kugel. Der legendären Disco-Kugel of Total Doom. So, das war die erste Portion. Wursch. Flammen, Flammen! Flammen. Mein Pils. So, jetzt macht er wieder seine Kanonenkugel-Action hier. Jetzt wollen wir versuchen, da bei ihnen jetzt hier auch ordentlich zu treffen. Ob das klappt, ist so eine andere Geschichte. Kanonenkugel Nummer 1. Kanonenkugel Nummer 2. So, jetzt wirft er gleich die Dinger wieder raus. Sag ich doch. Ja, spring dagegen. Ja, spring unten drunter. Oder so. Ja, ja, lauf da einfach gegen. Mal gut, dass wir eine Hintertür haben. Boah, bin ich scheiße. Was wir jetzt? Ja. Also, wir müssen da. Aber. KA